ScareSeth Ich werde mir mit euch zusammen heute ein paar Horror-Kurzfilme anschauen, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe keinen einzigen von ihnen gesehen und ihr hoffentlich auch nicht. Und bitte schaut dieses Video bis zu Ende an, denn ich gehe am Schluss noch einmal auf ein paar oft gestellte Fragen von euch ein. Es ist also wichtig. Und ich mache natürlich mit bei der Challenge, mich nicht zu erschrecken, was verdammt schwer werden wird. Und der erste Horror-Kurzfilm heißt Closet Space. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das ist die Frau von Lights Out, oder? Die machen sehr, sehr gute Horror-Kurzfilme. Surprise, motherfucker! Das ist eigentlich cool, oder? Noch. Ich habe das Gefühl, das wird sich sehr bald ändern. Genau jetzt vermutlich. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen. Ich komme in die Richtung. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu nehmen. Ich brauche das Ding. Ich bin fast da. Oh, geht da nicht rein. David? Stimmen und Geflüster finde ich ganz schlimm. Das gehört echt zu den Sachen, die mir übelst Angst machen. Wait! Was? Was? Das war's? Das war ja genial! Okay, ich bin ein ganz kleines bisschen von diesem lauten Sound zusammengezwuckt, aber tu mir einfach mal so, als würde das noch nicht reichen. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Horror-Kurzfilme, die noch kommen, krasse Jumpscares haben oder ob sie eher atmosphärisch basiert sind. Das weiß ich ja nicht vorher. Auf jeden Fall bin ich wahnsinnig gespannt und das war echt ein Stück Kunst. Das war ja wie so eine Art Parodie, nicht ganz, aber es war auch nicht ganz ernst gemeint. Aber da zeigt es sich mal wieder, dass man überhaupt keine krassen Effekte oder irgendwelche Monster oder sogar Jumpscares braucht, um eine wahnsinnig gruselige Atmosphäre zu kreieren. Und das hat meinen Respekt verdient. Ich habe schon ein, zwei Horror-Kurzfilme von den Machern hier gesehen und das war immer gut. Also Lights Out und ich glaube noch einen anderen, vielleicht nehme ich den auch irgendwann mal noch dran, weil das schon eine ganze, ganze Weile her ist. Das hier war ein neuerer von 2016 und die anderen, die jetzt noch kommen, die sind von 2017 und ich hoffe einfach mal, dass ihr die noch nicht kennt. Der nächste heißt Speechless, hat auch sehr, sehr gute Bewertungen auf YouTube, falls das irgendetwas heißt. Wir werden es rausfinden. Und der geht auch ein bisschen länger. Wir sind auf jeden Fall im Kinderzimmer, ey. Ich glaube, die mit Kindern sind immer am schlimmsten. Oh Gott, ey. Okay, hinter dir, hinter dir. Hallo? Ich glaube, der wird bestimmt richtig übel, ey. Ich glaube, der wird bestimmt richtig übel, ey. Ich glaube, der wird bestimmt richtig übel, ey. Was macht der? Warum macht der nicht die Tür auf? Okay, ich würde es vermutlich auch nicht. Okay, ich würde es vermutlich auch nicht. Diese Effekte sind übelst gut. Diese Effekte sind übelst gut. Jetzt werden meine Hände schwitzig. Die Sounds sind echt krass. Wer bist du? Ne, die Tür, ey. Musst du dich nicht. Ich hab bald öfters mal Bilder von Monstern, oder? Geh weg. Boah, ey. Boah, ey. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, sich ganz schnell unter dem Bett zu verstecken. Ich komme und reiße dir die Haut ab. Ich glaube, ich. Boah. Boah. Boah! Was ist denn da? Mom! Da ist etwas in die Halle. Es will mich in die Halle. Es will mich. Look. Du bist so alt für das und ich bin so tired. Du denkst, ich bin Woke-Up-Up-Einig, weil mein 9-year-old still believes in den Bookie-Man? Aber Mom... Enough! Aber... Grow up already! I can't handle you when you're like this. Get back in bed and go to sleep. I don't want to hear another word. Okay. Sie schimpft ihn natürlich, weil sie aufgewacht wurde durch seinen Rumgepolterer. Und sagt, er soll endlich groß werden, sozusagen. Oh Gott. Hör auf! Det ist uns so gut. Oh Gott. Der weiß. Das ist näher. Das ist so gut. In dem Moment. Oh Gott. Und zwar. Es ist fertig. In dem Moment. Das Monster war schon echt cool gemacht, der Boogeyman. Speechless, sprachlos, ja, ja. Wieder so ein Beispiel dafür, dass es eigentlich ziemlich egal ist, was am Ende steht, ob jetzt ein Jumpscare oder nicht. Wenn man es schafft, vorher diese Spannung zu induzieren, und ich mag diese Filme vor allem, wenn sie mir so ein bisschen schwitzige Hände machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn stellenweise ein bisschen zu lang gezogen in den einzelnen Szenen, aber gut, das ist ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall hat er was Neues versucht, mit diesen Visual Effects, mit diesen kleinen Mini-Glitches und Sound-Effekten, das fand ich echt cool gemacht. Und ich finde es auch immer cool, wenn Kinder mitspielen und das alles nicht cringy wirkt oder so, sondern einfach gut gemacht ist, dass man sich Gedanken gemacht hat. Und der Film, trotz seiner Einfachheit, ja, es ist nur ein Raum, es ist irgendwie nur so meistens ein Charakter oder so, und es schafft es trotzdem halt irgendwie, ja, so ein bisschen Kribbeln unter der Haut zu generieren. Das finde ich schon cool. Aber schauen wir uns mal an, was der Nächste so bietet. Ob wir uns da erschrecken, ob da vielleicht ein Jumpscare am Ende steht, oder ob wir diese Challenge hier ganz easy über uns ergehen lassen. Der Nächste und Letzte heißt Re-Offer, das Angebot. Hat dort sehr, sehr viele Views und gute Bewertungen auf YouTube. Wirkt schon gleich in den ersten Sekunden extrem professionell, das beeindruckt mich ja irgendwie. Und es geht um Einbrüche, Home-Invasions, in einer amerikanischen Vorstadt, schätze ich mal. Und ich glaube, wir können uns schon vorstellen, worauf das hinausläuft. Aber schauen wir uns mal an, wie das gemacht ist. Denn am Ende ist es ja dann doch auch oft so, dass es nicht so ist, wie es scheint. Und nicht so, wie es der Film zum Anfang suggeriert. Und das macht es ja spannend und überraschend. Und unser Mäuschen hier wird, glaube ich, nicht mehr lange alleine sein. Erdnussbutter-Sandwiches. Was für ein Klischee. Okay, ein Babyphone. Oder eine Babycam oder sowas war das, glaube ich. Das waren nicht ihre Fußschritte, oder? Und natürlich setzt sie sich ins Dunkel. Was auch sonst. Ich habe mich immer, ob die Leute nichts gelernt haben. Was geht ab? Wer ist da? Ich habe deine Nummer nicht. Dein schlimmster Albtraum. Ich habe ein paar, aber ich brauche keine von denen. Nehmen wir mal im Ernst. Wer ist da? Du bist lustig. Ich würde es spaßig finden, dich raten zu lassen. Also lass uns ein Spiel spielen. Wo wir gerade bei Klischees waren. Du hast drei Hinweise. Ich habe dir einen gegeben. Ein Typ, der zugibt, Spiele zu spielen. Oh ey, wahnsinnig gut gemacht. Oh ey. Natürlich. Jünger als 25. Jünger als 25 auf jeden Fall. Falsch. Falsch. Wie oft sehe ich dich? Niemals. Das ist dein letzter Hinweis. Die Zeit ist um. Ne, ich habe keine Ahnung. Okay, sie muss also die richtigen Fragen stellen. Du bist ein schlimmster Albtraum, den ich nicht sehe. Und du bist jünger als 25. Ich mache keine Dates über diesem Alter. Also ich weiß es nicht. Schade, du hast verloren. Ich zeige dich, wenn du... Ich könnte es nicht lesen. Achso, was würdest du mir anbieten? Würde dich als Babysitter engagieren, hat sie, glaube ich, geschrieben. Oh nein. Okay, okay, jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Oh, mein Herz ey. Das ist momentan wie verrückt. Oh, Wahnsinn. Man kann auch nicht anders. Okay, wir haben halt kein Monster, sondern wir haben mehr oder weniger so eine Real-Life-Story. Das ist auch mal was anderes. Ich bin überrascht, dass ich es irgendwie, ja, aus Zufall hingekriegt habe, dass alle drei Filme irgendwie eine völlig andere Gangart fahren. Interessant. Wir hatten eine Real-Life-Story mit Jumpscares ohne Monster. Wir hatten einen Monster, ähm, in einem Film, was nur auf Atmosphäre basiert. Ähm, und wir hatten einen, der, ja, so halb ernst gemeint, aber trotzdem gruselig war. Wahnsinnig interessant. Wie gesagt, ich kannte keinen von dreien vorher. Ja, falls ihr Bock habt auf mehr, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und jetzt werde ich euch noch ein paar Punkte über die Zukunft dieses Formats erzählen. Alle, die schon länger dabei sind, wissen ja, dass ScareSelf ursprünglich mal als Community-Format gedacht war. Das heißt, ihr schickt mir gruselige Sachen, Videos, Bilder, Geschichten, Seiten, etc., auf die ich dann reagiere. So ähnlich wie Verstörend von Rupti, nur halt mit euren Vorschlägen und eher so als Live-Reaction. Und hier habt ihr sicherlich alle mitbekommen, dass YouTube neue Werberichtlinien fährt. Stichwort Familienfreundlichkeit. Und das gilt eben nicht nur für Gewalt, sexuelle Inhalte oder kontroverse Themen wie Politik, Religion, sondern eben auch für alles, was gruselig ist. Und da war es damals so, dass YouTube die Videos, die verdammt aufwendig waren, nicht richtig monetarisiert und verteilt hat. Und es geht nicht mal nur darum, dass ich damit dann kein oder wenig Geld verdient habe. Ich muss Geld verdienen, sonst kann ich kein YouTube mehr machen. Sondern vor allem, dass ich mir ganz viel Arbeit gemacht habe, die ich mir sehr, sehr gerne für euch mache. Diese Richtlinien aber scheinbar auch diese Video-Vorschläge beeinflussen und es viele von euch oder viele potenzielle Zuschauer gar nicht zu sehen bekommen, weil es ihnen einfach nicht angezeigt wird. Und das ist verdammt ärgerlich. Mein Channel hat jetzt so ein bisschen ein anderes Standing, deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren. Und deswegen habe ich jetzt mal nur auf Kurzfilme reagiert, was sich das ganz einfach wesentlich einfacher und schneller produzieren lässt. Im Vergleich zu, wenn ich tausend Programme nehmen muss, um Twitter-Nachrichten abzufilmen, das alles zusammenkatte, etc. Also Freunde, wenn das gut läuft, gibt es gerne mehr und dann können wir auch gerne zum ursprünglichen Format zurückkehren. Und das liegt einerseits an euch und andererseits natürlich an YouTube. Um das zu unterstützen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, zeigt es euren Freunden, eurem Hund. Und damit das nicht nur von einem Video abhängig ist, mache ich dir ja gerne in nächster Zeit ein, zwei, drei mehr Folgen von. Und dann schauen wir einfach mal. Aber für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Sämtliche Horror-Kurz-Filme sind unten in der Videobeschreibung verlinkt von den, ja, Erstellern. Also lasst denen gerne mal Props da, besucht die mal, lasst denen einen Daumen nach oben da ebenfalls für ihre Arbeit, weil die haben sich die Mühe gemacht. Ich sitze nur da und gucke mir das Zeug an. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und eine gute Nacht.